Frankfurt spielt zu Beginn der BPE-Kundgebungssaison 2024 eine große Rolle. Natürlich nicht nur wegen der ARD-Monitor-Reportage oder wegen Oma Shehata. Vielmehr ist der Landesverband Hessen dabei, eigene Kundgebungsstrukturen aufzubauen. Dabei unterstützen wir ihn in der Anfangsphase im März und April. So wird die Bürgerbewegung Pax Europa an den Samstagen 2. und 16. März sowie am 6. und 20. April in der Frankfurter Fußgängerzone vor Mai Zeil über den politischen Islam aufklären. Wir freuen uns über jeden, der persönlich vor Ort sein wird. Wem dies nicht möglich ist, kann den Livestream auf dem YouTube-Kanal Augen auf verfolgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017